jo leute was geht Tomus hier und willkommen zu meinem ersten video wir sind gerade in hamburg wie man unschwer erkennen kann hoffe ich und ja erstes video bis nicht so durch kritisieren weil ich sehr noch weiter dazu und ja was mache ich im video ich fahre ein bisschen rum einfach nur und ja ich hoffe ihr habt spaß dabei warte mal der fuhr gerade neben mir und wohl schneller als ich dann aber hat es nicht geschafft habe ich das so jetzt richtig verstanden ich glaube ich bin mir nicht sicher ja mal sehen ob es gleich noch mal so ist hier noch mal schneller als ich sein oder nicht ich weiß nicht auf jeden fall nahe so läuft ich weiß ich habe mich jetzt auch gehört oder den ich bin mir nicht aus weil ich komme eigentlich gar nicht aus hamburg aber dann schließt die holzstein fahr rein läuft auf jeden fall hamburger stadtverkehr gefällt mir so halt natürlich es muss ich nur noch von der polizei angehalten werden dann habe ich auf jeden fall schon mal einen schönen titel genau eigentlich gar nichts zu filtern ampel wird eh wieder direkt grün ich hoffe mal der akku meiner kamera hält jetzt noch den vlog weil ich habe noch einen strich übrig von drei da war ein goldenes bike ist bestimmt auf dem weg nach louis weil louis hat gerade verkauft offenen sonntag da ist eine übelste masse an motorrädern richtig krank kann ich ja gleich noch mal lang fahren ich weiß jetzt halb wo ich bin auch noch ein kreitler sm wenn mich nicht alles täuscht trotzdem totaler bmw ist das grün ja jetzt wird nur noch amg und dann ja dann passt das ich hoffe die kamera position passt so die habe ich mir erst heute eingestellt ich weiß gar nicht wie die ist ich habe ihn noch einmal zu hause getestet und da sah es eigentlich ganz gut aus ich weiß nicht wer es jetzt hier ist im video während der fahrt aber ich hoffe natürlich mal gut ansonsten das klebe pett für den arsch gewesen was bin ich denn für einer ich bin ja ich weiß halt was es ist grüßt nicht zurück ja moin ich habe es gerade noch geschafft die gelb war ich zwar auch noch geschafft aber naja egal dann stehe ich halt an der ampel ist jetzt auch kein drama da vorne ist wie ein tunnel schön schön mit ganz vorne ja schön rot ich kann so tun mal gucken ob das mikrofon das aufnimmt tunnel ja ich will nicht ein tunnel es ist zwar geil aber da will ich jetzt nicht haben die ich weiß absolut gar nicht wo ich gerade bin hauptbahnhof richtig keine ahnung ich hoffe es mal einfach dass ich jetzt richtig fahre so ja war ist auch ein bahnhof ich habe mich doch besser in hamburg aus als gedacht gerade fahr ich jetzt einfach mal würde ich sagen karstadt sport sport zu tun wo bin ich hier wo bin ich hier auf jeden fall am hauptbahnhof hier muss genau hier ist ktm und wenn ich dann gerade aufs weiter fahrt muss ich dann gleich irgendwie links und dann komme ich zu Luis hier ist schon ein Albaer Ich glaube komplett durch, muss ich. Ja, das ist da. Komplett durch, war richtig. Muss ich hier nicht fliegst. Dann kann man jetzt auch richtig gut sehen, wieviel hier los ist. Da Motorräder. Da Motorräder. Da überall Motorräder. Ich fahr gerade. Ach, die Polenze. Ach, wie schön. Ich weiß nicht, ob sie da irgendjemanden nachher ausgreifen kann. Es sind echt viele da drüben. Jetzt ist die Frage, wo fährt man da am besten rein? Am besten. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und Spiel da kommen auch viel mehr Videos. Und falls irgendwie Kritik da war am Video, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich versuche es dann zu verbessern. Und dann würde ich sagen, haut rein. Roland46. Bugün. Bis zum nächsten Mal. iska.